Kunst von Joe Brockhoff Ein Weltuntergang Apokalyptische Parabel Atlas Starker Planetenträger Mach dich auf was gefasst Ein durchgeknallter Teil einer ansonsten evolutionär eigentlich eher götterkompatiblen Spezies Der Mensch plant mal wieder einen Untergang der Welt Wahrscheinlich deren Welt Obwohl sie den Planeten doch stark in Mitleidenschaft ziehen Oder ist es vielleicht nur ein technischer Weltuntergang Eine Art Unterführung unter die Welt So wie unter einer Bahn oder so So könnte man entsprechender Verantwortung und Herausforderungen reinen Lebens Einfach untergehen, ohne unterzugehen Na, mein lieber Atlas Jedenfalls wissen wir ja, dass es nur um einen Wandel geht Eine der vielen Veränderungen, die nötig sind Leben und Geist auf dem Planeten weiterzuentwickeln Nach all den schönen Entdeckungen, die Menschen vollbrachten Enden diese stets im Fetig der Vernichtung und todbringenden eiskalten Waffen Eine Rakete ist geil! Dafür musste sogar die sexuelle Freiheit und Liebe mit ewiger Brüderie und falscher Moral zugeschüttet werden Denn die Rakete macht Eindruck Sie vernichtet lange Gewachsenes, Erbautes in einer Millisekunde Mit Feuer und überwältigendem Knall Bumm! Das konnte Kultur und Geisteswissenschaft mal wieder nicht Die konnte nur schön, oh mein Gott Oder alles genau definieren Verstehen? Hm Leben, Überleben, Weiterleben Darum geht es aber eigentlich hier Einen weiteren Höhepunkt in unserer Weltgeschichte In unserer Entwicklung In der Entwicklung des Lebens im Nichts Also Unser gewichtiges Treiben und Kämpfen kristallisiert sich zu immer neuen Bausteinen Einer sich selbst erneuernden Welt Lieber Atlas, trag diese weiter Noch ein Stück Bis wir irgendwann in der Lage sein werden Mit unserem geistigen Leben auszukommen Und aufs Minimum biologisch reduziert Durch die Unendlichkeit jagen Mit all unseren Erzählungen All diesen Erfahrungen All der kulturellen Fülle Die wir durchlebt haben Danke, dass du meinen Kanal besucht hast In den nächsten Wochen und Monaten Werden weitere Videos mit Kunst von Joe Und anderen Kunstschaffenden hier veröffentlicht Abonniere kostenlos den Kanal Und aktiviere die Glocke Um diese nicht zu verpassen Bleib kreativ